So hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es den zweiten Teil der Snapshot-Vorstellung. Gestern der erste Teil, da war im Prinzip alles einmal im Groben erklärt, was so neu dazugekommen ist, denn es sind wieder sehr, sehr viele Sachen gewesen und das hat eben nicht alles in einem Video reingepasst, weil es viel zu viel gewesen wäre. Heute, das ist jetzt der zweite Teil, gibt es ein paar mehr Details von den Sachen, die ich gestern zum Beispiel ausgelassen hatte, beziehungsweise das Video gestern wurde heute Morgen hochgeladen, weil ich es gestern Abend echt nicht mehr geschafft habe zeitlich. Deswegen, ja, fangen wir mal an mit der ersten Sache und zwar, ich habe hier gerade nochmal ein neues Ant gespawnt, eine neue Map und zwar werden ab sofort, als neue Änderung, mehrere Bosse gleichzeitig unterstützt, das heißt, du hast zwei Bossleisten, theoretisch gleichzeitig. Moment, wir machen kurz eine Wither hier dazu. Bam, bam, bam. Und dann könnt ihr sehen, wir haben zwei Bossleisten oben angezeigt, das heißt, multiple Bosse werden unterstützt. So, und dann kann ich theoretisch mal ganz kurz hier auf Peaceful machen, weil der Drache, der bleibt ja auch bei Peaceful. Wither verschwindet wieder und, ja, hätten wir das Video gesettet. Also, das funktioniert, mehrere Bossleisten sind da. Dann als nächstes, wenn man den Enderdrachen besiegt hat, kann man diesen wieder neu spawnen. Eigentlich soll das wahrscheinlich später im Verlauf mit selbst craftbaren Enderkristallen funktionieren. Nichtsdestotrotz geht das in der aktuellen Snapshot-Version zumindest mit Clay, indem man aus Clay ein Creeper-Gesicht baut, was witzigerweise halt, ja, funktioniert an der Stelle. Moment, bam, bam, bam. Dann bauen wir noch ein Creeper-Gesicht so in der Art. Äh, da nach oben, hübs, so, 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 bam, 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 bam. Das muss hier in aufrechter Position gebaut werden, zack, 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 zack. Und dann verschwindet das und es ist wieder ein neuer Drachen da. Diesmal ist aber nicht mehr die Bossleiste da, witzigerweise, die ist weg. Der eine Drache gibt auch nicht mehr so viel Experience. Und das hat sich jetzt einfach nur resettet, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wenn er kommt, kann ich ihn töten und dann müsste auch, glaube ich, das Enderdrachenei neu spawnen. Das heißt, man kann sich auch mehrere Eier schnappen. Vielleicht kann man diesen Drachenkopf aus mehreren Eiern craften, aber das ist eben auch noch nicht so klar. Das weiß keiner. Jedenfalls, Drache sind wieder aber respawnbar mit Gesicht aus Clay und später eventuell mit craftbaren Enderkristallen, weiß man nicht. Nun gut. Dann als nächstes. Man wechselt mit diesem Portalding hier gar nicht die Dimensionen, sondern man wird einfach nur in dieser Enddimension ein paar Blöcke weitergeportet. Und ich denke mal so, oder so knapp 1000 Blöcke sind es ungefähr, die im Umkreis von der normalen Enderdracheninsel, wo nichts passiert. Und dann beginnt eben dieses Enderdrach, diese andere Enddimension sozusagen, wenn man hier so durchportet, wo praktisch jetzt die Choruspflanzen wachsen und ähnliches. Es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Richtung man sich jetzt hier, glaube ich, durchportet oder durchschmeißt. Dann wird man dementsprechend noch anders positioniert. Wir sind jetzt gerade bei Z-Corner bei 1000 Blöcke. Wenn ich wieder zurückgehe, bin ich wieder mal in die Insel zurück. Wenn ich jetzt vielleicht versuche, ich weiß nicht, mal da durchzugehen, bin ich... Okay, bei Z-Corner-2000. Nee, okay, wahrscheinlich wird es auch mal. Egal. Laut Change-Log oder laut einigen Leuten, die etwas herausgefunden haben, steht es, dass sich da die Position ändert. Aber der wesentliche Fakt, worum es jetzt geht, ist einfach, dass es dieselbe Dimension ist, nur halt in einem 1000-Block-Radius um die Enderdracheninsel herum kommt nichts. Und erst dann beginnt hier dieses, ja, die weitere Version des Ends. Dann als nächstes, ich bin ja noch ein bisschen drüber gesprungen, deswegen, okay, jetzt noch hier nochmal ins Detail. Wenn man diese Chorus-Pflanzen abbaut und dann die Chorus-Früchte rausbekommt, kann man diese im Ofen braten. Und daraus bekommen wir dann diese Popped Chorus-Fruits. Und aus diesen Popped Chorus-Fruits können wir dann uns die entsprechenden Blöcke zusammen craften, wie ich es, glaube ich, auch schon mal kurz eingeschnitten habe. Aber das funktioniert jedenfalls. Und dann kann ich mal ganz kurz hier Popped Chorus-Fruit mir das Ganze schnappen. Dann kannst du hier im Creator... Ne, habe ich gerade nicht. Grafting Table. Grafting Table. Die dann zusammen craften, wie du halt lustig bist. Zunächst mal aus denen bekommt man hier die Purple-Blocks. Aus den Slabs bekommen wir... Oder wenn wir die zu Slabs machen, kriegen wir die Purple-Slabs raus. Dann, wenn wir die Slabs anordnen, äh, übereinander, bekommen wir diese Pillars raus. So sehen die Crafting-Rezepte aus. Und wenn man halt dann, ähm, die Blöcke nimmt und hier so Stairs macht, kriegt man die, äh, entsprechenden Stairs raus. Was auch neu ist, alle Stairs ab sofort in Minecraft sind, ähm, 90 Grad gedreht. Das heißt, die sehen jetzt so aus, also die Ecke ist hier und nicht andersrum, wie es die ganze Zeit war. Ne? So sieht's aus. Gut, also hier schmilzt wunderbar durch. An sich, die Frucht, die man dann von oben herunter bekommt, kann man sich, äh, schnappen oder muss man einzeln abbehalten? In dem Squid-Elf-Mod-Crees-Grad nicht. Aber es ist dann die Chorus-Fruit. Ne, wo haben wir es denn? Äh. Chorus-Flauer war das so rum. Und die kann man sich eben neu anpflanzen. Und diese wächst dann dementsprechend neu, kann man auf Souls-Send platzieren. Und das geht in jeder Dimension. Das heißt, du kannst auch in der normalen Dimension platzieren. Äh, normalen Dimension platzieren. Und nehm ich mal ganz kurz hier die, äh, Game-Rule. Ähm, was war das? Random-Tick-Speed-Off-1000-Sets. Werdet ihr sehen, wie schnell das Ding dann wächst und wie es in etwa wachsen würde, wenn ihr es dann halt normal irgendwie da so stehen habt. Also, lassen wir mal die Pflanzen wachsen. So wachsen die dann. Halt viel, viel langsamer, aber so sieht's dann aus. Und die kann man, wie gesagt, auch in anderen Dimensionen anpflanzen. Ja. Dann als nächstes, Schalker. Das wurde eine Abkürzung für Shell-Lurke. Also Schalen-Lurch oder irgend sowas. Lurke jedenfalls. Ähm, und diese kann man, die sind ja halt fest an sich, aber die kann man mit Pistons verschieben. Witzigerweise. Blup. Und dann kann man die rum-teleportieren. Die kannst du theoretisch auch in, äh, Minecarts reinschmeißen und dann mit Minecarts-teleportieren oder wegschieben, sozusagen. Was allerdings passiert, wenn ein, äh, ein Block in der Nähe ist, diese Schalker können sich auch so richtig, ne, kann schon, so richtig Enderman-like teleportieren. Und dann porten die sich mal, zzzz, einmal kurz nach da hinten. Und, äh, ja. Übrigens, ich glaube auch, wenn man auf Peaceful schaltet, verschwinden die nicht. Das heißt, auch im Peaceful-Mode bleiben die, äh, Schalker noch bestehen. Außerdem, wie gerade festgestellt, der Enderdrache ist nur killbar, wenn er über seinem, seiner Bedrock-Formation hier steht. Wenn er rumfliegt, ich habe jetzt gerade einen Strength 255 auf den draufgekommen, im Dearschwert, das One hätte den normalerweise, ich habe den nicht killen können. Auch nicht, auch wenn ich den getroffen habe. Der muss über seinem Portal hier stehen, damit er überhaupt erst sterben kann. Witzigerweise. Okay. Dann als nächstes gibt es noch zwei neue alte Blöcke. Nämlich, das hier sind Iron-Bars, ups, und Glas-Bars. Also hier sind mal die Glasscheiben, die Glas-Paints und Iron-Bars. Und erst, wenn man praktisch ein zweites Erneben setzt, verbinden die sich so. Aber es ist nicht mehr so, dass die Einzelne allein noch so ein kleines Kreuz geben, wie immer, oder wie früher die ganze Zeit, wenn die da so rumstehen. Sagen wir mal, kann jetzt richtig schöne Stäbe machen. Theoretisch auch für sich, keine Ahnung, die Hütte mit einem kleinen Abstand hier. Was weiß ich, machst du jetzt zwei Stäbchen hin? Und baust es halt dann einfach zu und dann hast du halt Gitter. Gut, in der Mitte kannst du Sicht machen, aber die Gitter sind nicht mehr so kleine Kreuze. Wurde geändert. Das gilt für alle Glasscheiben und Glasscheibe und Gitter können sie auch so verbinden. Jo. Dann als nächstes noch mal zu den Beetrods. Die sehen halt jetzt so aus, wenn man diese anpflanzt, habe ich auch noch nicht gezeigt gehabt. Und die wachsen auch recht schnell, weil ich noch die Tick-Speed anhab. Hier zieht das so aus. Kann man ganz normal abernten und so weiter und so fort. Und man kann allerdings auch, was ich mir nicht gezeigt habe, aus diesen Beetrods sich Rose-Rent, also Farbstoff rausholen. Roter Farbstoff. Ja. Und die ploppen jeweils immer den Seed und eine 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 Brübe raus, sozusagen. Jo. Außerdem können Beetrods auch noch ganz natürlich in Dörfern wachsen. Kann man ganz normal finden. In Dungeon Chests und so weiter und so fort. Aber auch hier dementsprechend Dörfern kannst du rumgehen und dir die einsammeln. Wenn du welche brauchst und gerade keine hast. Dann als nächstes. Es gibt eine Splash Water Bottle. Sieht so aus. Kann man sich machen und damit kann man sich im Nether löschen, falls man brennt. Wenn ich also hier am Feuer drin stehe und das Ding schmeißt, wird das Feuer gelöscht und man selbst auch. Das heißt, man verbrennt nicht. Kann ich nochmal demonstrieren. Achtung. Ah, Feuerschaden und im Nether ist das ja immer ein bisschen beschissen in der Regel, weil du einfach übrigens ich habe irgendwie das Gefühl, es sieht nicht mehr so viel. Normal Feuer sieht auch nicht mehr so viel. Aber man kann sich trotzdem löschen. Gilt auch, glaube ich, wenn man Lava ist. Du misst einfach drauf. Plopp. Und es geht aus. Und man sieht ganz kurz ein Wasserding. Was generell funktioniert ist, wenn du einfach auch normal schmeißt, ohne dass du Ohne dass du drin stehst, kannst du auch Feuer löschen. Was nicht funktioniert, es macht keinen Schaden an Blazes und Feuermobs und keine Ahnung was. Du kannst damit keine Lava-Substidien verwandeln und was auch immer. Das funktioniert leider nicht. Aber die Dinger gibt es und sind eventuell manchmal vielleicht ein Lebensretter. Ja. Dann als nächstes. Es gibt kleine Änderungen bei Karten. Wenn man sie ganz normal in der Hand hält und nichts in seiner Zweithand hat, ist das so wie immer. Man hat eine ganz große Karte, die man halt mit sich rumschleppt. Man kann eigentlich auch folgendes machen. Wenn man diese praktisch in seinen Slot legt, von der Zweithand wird es zu einer Minimap, die man die ganze Zeit rumtragen kann logischerweise. Man kann mit der Spitzhacke nebenbei rumwerkeln, bauen, keine Ahnung was, rumerkunden, kann auch ein Schwert drin haben, hauen, blocken, alles volles Programm. Die Minimap sozusagen bleibt dann eben drin. Klar, man muss sich größer craften, ich habe jetzt die kleinste genommen, aber man hat eine eingebaute Minimap dadurch. Auch noch ein kleiner Tipp, der sich extrem gut sozusagen ereignet, ist, wenn man einfach folgendes macht. Sein Settler, äh, ich habe es auf der Englisch. Wenn man sein Settler folgendermaßen macht, man nimmt einfach Torches und haut sich da drüben rein und geht dann Mining. So kann man zum Beispiel immer abbauen, 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 abbauen. Wenn es dunkel ist, rechte Quakel sitzen, weiter abbauen, 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 abauen, abauen, Fackel sitzen. Das sind mehr oder weniger so die praktischen Tipps, wie man am besten das Zweihandsystem nutzen soll, weil ihr vielleicht vor euch gefragt habt, was bringt es denn dann, wenn man keine zwei Schwerter und so. Es hat auch andere Gründe. Minimap und Fackelnsätze nebenbei beim Mining. Braucht man sich nicht unten rumwechseln und keine Ahnung was. Was eventuell auch geht, ist folgendes, äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn man da Essen reinlegt, das heißt, du kannst meinen, 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 meinen. Wenn du Hunger hast, machst du Rechtsklick und frisst einfach was, weil du mit Rechtsklick ja essen kannst. Wenn du es einen zweiten Slot hast, kannst du daraus essen. Wenn da die Spitzhacke keinen Rechtsklick-Effekt hat, wird das funktionieren. So kannst du zum Beispiel und das ist perfekt, wunderbar. Wenn du eigentlich einen Block in der Hand hast und was bauen willst, dann setzt du mit Rechtsklick den Block, da die Rechte dann priorisiert wird. Eine weitere Änderung, wenn man unten mal in die Inventarleiste schaut, hier ist ja der Bogen jetzt, Schwert, Bogen, Schwert, Bogen, ganz unten da ins Inventar und einen Bogen anspannt, gibt es dort auch eine Bogenanimation. Das heißt, der Bogen wird sich da auch aufspannen, genauso wie wenn du den jetzt halt von weiter außen siehst. Ebenso ist es bei Skeletten so und anderen, äh, an Mobs sozusagen, die dich angreifen, dass sie mehr Angriffanimationen zeigen, immer auf dich zugelaufen, ganz stumpf und dann hast du Schaden gekriegt. Bei Skeletten sieht man jetzt unter anderem auch, dass sie sich auch den Bogen nehmen und diesen, äh, ups, mal das jetzt auch easy machen und diesen anspannen. Game Mode 0. Hallo Skelett, siehst du mich? Da, sie spannen ihn auf und schießen dann. Ah, hier steht eine Pflanze drin. Egal, ihr habt es gesehen. Ich will mich jetzt nicht ganz verwurschen lassen von dem Vieh. Das ist, äh, nicht so schlecht. Das heißt, da haben die auch was ordentlich verbessert. Yay, okay, gut. Dann als nächstes, diesen Wegblock, den wir bereits schon kennen hier, den man mit der Schaufel machen kann, diesen kann man nicht im Great-Ethermentar kriegen. Allerdings kann man ihn auch nicht mit einer Silk-Touch-Spitzacke abbauen. Was aber funktioniert, ist, wenn man mit der mittleren Maustaste draufklickt, dann kann man diesen Block rausbekommen. Und der ist eben 5,16 groß im Vergleich zu einem normalen Grasblock. Dann als nächstes, es gibt noch einen neuen Block, den gibt es auch nicht im Great-Ethermentar, aber den kann man sich mit einem Command holen. Und zwar ist das der Minecraft-Structure-Block, mache ich gerade mal. Der sieht so aus. Keine Ahnung, was der macht. Keiner weiß, wie man da irgendwie was machen kann, wie man mit Interagieren. Okay, man hat halt keinen Fackel dran hängen. Aber keiner weiß, wofür der gut ist und was der eben zu tun hat und was der macht. Und es ist halt ein S auf jeder Seite drauf, also ein Structure-Block und der heißt auch so per Autovervollständigung in Griechen, auch wenn ich hier so Struck mal eingebe, Tab-drück, Structure-Block, kommt der. Aber was der macht, weiß keiner. Hm, seltsam. Dann als nächstes das Crafting-Rezept für diese Spectral Arrows sieht folgendermaßen aus. Man nimmt Pfeile und umrandet diese mit vier Glowstone und daraus bekommen wir jeweils zwei Spectral Arrows raus. Vier Glowstone, ein Pfeil, zwei Spectral Arrows. Und das war eben das Rezept, was man noch rausgekriegt hat. Yay. Dann als nächstes in den Optionen fehlen zwei Einstellungen, nämlich die Super Secret Settings sind weg und die Broadcast Settings sind auch weg. Zumindest in der aktuellsten Version. Aus welchen Gründen auch immer, Super Secret Settings finde ich gerade irgendwie nicht mehr, ist raus und weg und Broadcast Settings auch, also im Sinn von Livestream, was ja voll drin war. Komisch. Als nächstes auch noch Todesnachrichten sind ein bisschen verändert worden, das heißt, wenn ich mal ganz gut in Game Mode 0 gehe, in den Pikmin hier haue, wird er jetzt sauer auf mich und killt mich hoffentlich, falls er rauskommt. Ah, Babyzone Pikmin. Gut, kill mich, kill mich, kill mich, kill mich, steht jetzt hier oben you died und hier steht auch Smucker Phoenix was slain by Tommy Pikmin. Das heißt, deine Todesnachricht wird hier oben angezeigt und ich glaube, es ist noch ein bisschen besser spezifiziert. Ich weiß nicht, ob im normalen Chat auch immer eine Nachricht kam, wenn man im Singleplayer war. Jedenfalls wird das komplett ausformuliert, auch wenn Schalke nicht getötet hat, dass man halt nicht was slain, sondern es halt ein bisschen anders anhört. Ist schon ein bisschen kreativer dann umgesetzt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls, dass hier oben ist auf jeden Fall neu. Wird angezeigt ab sofort, die Todesnachricht dann als nächstes bei Waffen und Werkzeuge, die Schaden machen, bekommen wir einen neuen Tooltip angezeigt. When in Main Hand, das heißt, nur wenn es in der Haupthand ist, beziehungsweise in der Hand, die eben schlägt, was halt meistens dann die Haupthand ist, dann macht es eben diesen Attack Damage Schaden. Außerdem bei toten Büschen, die droppen ab sofort 0 bis 2 Sticks. Kriegst Sticks raus aus den Dingern. Heißt, die sind zu irgendwas nutzt es seit neuestem. Auch nicht schlecht. Und als guter Letzt oder zu guter Letzt noch eine Sache, Trapdoors, also Falltüren kann man jetzt platzieren, ohne einen Hilfsblock zu haben. Das heißt, ihr müsst nicht einen Block dahinter bauen, damit die halten. Die halten auch so ohne Hilfsblock. Ist am neuesten. Gar nicht mal so schlecht, oder? Ja. Und damit wäre es das gewesen von den vielleicht etwas kleineren Neuerungen noch. Mit der Zeit werden wieder ein paar neue Sachen bekannt werden. Wenn irgendwie in der nächsten Woche oder so ein neues Snapshot rauskommt oder wenn irgendwas Wichtiges noch gezeigt worden ist, werde ich vielleicht noch mal oder einige wichtige Dinge gezeigt worden sind oder herausgefunden worden sind, mache ich noch ein Video dazu. Ihr wisst, was ich meine. Und dann ja, sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, lass gachen. Und tschüss, viel Spaß beim Austesten von der Version hier. Bis zum nächsten Mal.